Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken Oder oben Will mein Herz in ihrem tiefblauen Swimmingpool versenken All die Willen um sie herum lassen sie nicht richtig atmen Er stirbt man ordentlich der Tod persönlich mit den Rasen Wann sehe? Wann sehe? Wann sehe ich dich endlich wieder? Wann sehe? Wann sehe? Ich schlitt zurück zu dir Und da bin ich auch Im weißen Sand Kann uns doch schon sehen Leicht sonnverbrannt Hier bist du nicht glücklich Ich weiß, du träumst von einem Mann Der noch Sag doch einfach nur ja Und ich störe dir Ich nehm mich mit nach Düsseldorf Wann sehe? Wann sehe? Wann sehe ich dich endlich wieder? Okay Wann sehe? Wann sehe? Wann sehe? Ich schlitt zurück zu dir Geil! Wow! Alter, herzlich willkommen bei The Voice. Sag uns bitte, wie du heißt und wie alt du bist. Also ich heiße Nils und ich bin zwölf Jahre alt. Hi Nils! Schon Rocker! Du hast dich hier getraut, einen ganz ganz eigenen Style auf die Bühne zu bringen. Das ist ganz sicherlich nicht der safe Weg gewesen, den du da gewählt hast. Aber gerade das finden wir im Team Deine Freunde. Gehört belohnt, wenn sich jemand traut, seine eigene Musikvorliebe hier so wie du auf die Bühne zu bringen. Ganz cool! Danke! Bitte! Redet ihr zu Hause auch nur so miteinander? Nein! Gib mir mal die Butter! Guten Morgen! Was hörst du sonst noch so für Musik? Bist du ein Rock-Fan? Also ich bin klassischer Tote-Hosen-Fan und das höre ich auf jeden Tag. Klar! Hey Nils! Ich habe mich relativ spät umgedreht, weil ich gucken wollte, geht dir am Ende vielleicht die Luft aus, weil du ganz schön Power gegeben hast. Aber du hast es einfach zweieinhalb Minuten komplett durchgezogen, war es auf 100% Power. Man denkt so vom Radio, ich bin hier der Schmuse-Popper, aber in mir steckt auch eine kleine Rock-Sau. Ich kann auch ein bisschen rocken auf der Gitarre. Kannst du einen deutschen Rock-Song? Ich hätte euch jetzt so was AC-DC-mäßiges mal runtergezockt auf der E-Gitarre. Aber nur wenn du es hören willst. Also das liebe ich! Das liebe ich! Das ist hier eine E-Gitarre, die ich mal kurz haben kann, weißt du, sonst denkst du vielleicht labert der Giesinger einfach nur und weißt du gar nichts von Rock erstmal. Geil abgezimmert, ey. Da rocken, Nils. Ich will richtig rocken willig jetzt. Okay Nilsi-Boy. Deinein-G nighttime! Geil! Always in hell Always in hell Always in hell Ja, ja, was für ihr da? Es durfte einmal der Rocker sein, der er immer sein wollte. Nils, du siehst, ich opfer mich hier schon ein bisschen für dich auf. Deine Freunde chillen hier in dem Stuhl rum. Du musst das entscheiden. Wir mögen dich trotzdem. Ich hab mich eigentlich schon entschieden. Schon lange. Schon eine Stunde. Ich mach's einfach ganz kurz. Ich geh zu Marx. Jaaaa! Rock'n'Roll! Let's rock'n'Roll! Let's rock'n'Roll! Schau mal da! Weil wir nun Rock-Brüder im Geiste sind, gibt's auch noch ein Team. Giesinger-Jacke. Und dann können wir jetzt die Bühne zusammen rocken. Riesenapplaus an Nils! Jaaaa! 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 Jaaaa!